Hey ho, hier ist Ronja und ich bin immer noch im Kindergarten gefangen. Es kann nicht sein, ich bin immer noch klein, weil Dettenev mich letzte Folge klein gezaubert hat. Falls ihr letzte Folge nicht geguckt habt, dann ist die hier oben beim i, da könnt ihr draufklicken und dann wisst ihr wenigstens, was passiert ist, damit ich hier gelandet bin. Ich erzähl's nicht nochmal, ich bin nicht klein, bitte lass mich raus hier. Aber du hast geschlafen wie ein Engel in dem kleinen Bett, ne? So, komm mit, ja. Okay, was machen wir denn hier? Ein Bällebad. Ein Bällebad? Oh, als Kind hab ich Bällebäder voll geliebt, die waren voll super. Ich bin kein Kind, ich bin ein erwachsener Mensch. Nein, Kind. Super, danke. Okay, Leute, wir müssen hier irgendwie ausbrechen, das kann nicht sein. Ich will mein Leben nicht im Kindergarten verbringen. Ich muss hier raus, okay? Ich find einen Weg raus. Irgendwie hat das bestimmt eine Sicherheitslücke. Ich mein, die rechnen ja nicht damit, dass jemand wirklich kein Kind ist und dann hier irgendwie ausbrechen. Das kann ja nicht sein, so. Also, hier ist eine Essenstafel, hier ist Glas. Glas hat vielleicht ab und zu ein paar Bruchstellen. Komme ich hier durch? Ne, das ist nicht kaputt. Schade, das Ding scheint auf einem ziemlich modernen Stand zu sein. Äh, ich geh mal draußen spielen. Okay, so, jetzt hab ich ein bisschen Zeit gekauft. Ich schau mal hier an der, an der Mauer. Vielleicht, oh, ich hab ne gute Idee. Was ist, wenn ich den Baum hochkletter? Dann kann ich vielleicht über die Hecke springen. Und wenn ich über die Hecke springen kann, dann, äh, dann komm ich hier raus, oder? Oh, hier vorne steht das Tor offen. Ja, ich bin frei, ich bin frei. Juhu. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dad, Dadlef. Dadlef. Machst du mich groß? Nein. Okay, immerhin, wir sind raus aus dem Kindergarten. Wir sind zwar noch, äh, winzig klein, aber wir sind raus. Das ist doch schon mal. Warum lachst du? Was ist so lustig? Dadlef, was ist so lustig? Dadlef, wir müssen, pssch, wir müssen leise sein. Ich will nicht, dass die Kindergarten... Winzig, winzig. Nein, nein, nein. Shh, 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 shh. Ich will nicht, dass die Frau uns sieht. Ich muss hier unbedingt raus. Die hat mich eingesperrt. Bitte, 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 sei leise sein, damit die uns nicht hört, okay? Okay. Nach Hause? Nach Hause, ja. Nach Hause? Ich geh nach Hause, ja. Nach Hause groß? Ja, nach Hause groß. Nach Hause groß? Hä? Äh. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Detlef, es hat... Oh Gott, sei Dank kam Detlef. Oh, okay. Wir haben es geschafft. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin aus dem Kindergarten aus. Hallo, Bart. Hey, Bart. Hä? Wollen wir einen Ausflug machen? What? Nein. Willst du nicht mal in den Kindergarten? Nein, ich will Fortnite spielen. Bart, 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 Bart. Das ist mein Computer. Ich muss hier arbeiten. Hä? Ich muss da dran arbeiten. Nein, Fortnite. Nee, nee. Äh, komm doch mal mit. Ich hab draußen eine Überraschung für dich. Komm mit. Hä? Vielleicht kann ich ihn in den Kindergarten locken. Und vielleicht kann die crazy Kindergärtnerin ihn dann ja irgendwie in Gewahrsam halten. Und dann bin ich ihn los. Und dann, ne? Komm mit. Du weißt schon, dass ich hören kann, ne? Was hast du... Ich hab, ich hab nur, äh, einen Witz gemacht. Ich hab nur leise vor mich hingen geredet. Okay, wir wollen doch gerade jetzt mehr. Nein, Bart. Ja, das ist mein. Bart, warum war da ein Pilz? Hast du mir irgendwas zu erzählen? Komm mal her. Da. Wisst ihr, was tust du? Nein, was? Bart. Das ist jetzt meine Wohnung. Bart. Was? Bart, lass mich rein. Du wolltest mich loswerden. Jeder andere auch. Ich wollte dich nicht loswerden. Ich wollte dir nur den Kindergarten zeigen. Bitte lass mich rein. Nein, du wolltest mich loswerden. Ich hab's genau gehört. Bitte lass mich rein. Gott, jetzt bin ich von meiner Wohnung rausgekrieg. Ich versuch mal bei Tops zu klingeln. Tops. Tops. Äh, kannst du mir helfen? Ich hab ein Problem. Warte. Gott sei. Äh, warte mal kurz. Ich müsste mir noch kurz meine Hose anziehen. Ja. Ich hab grad geduscht. Sorry, ich bin ausgesperrt. Äh, du, wie, wie sperrst du dich aus? Okay, du erinnerst dich gerade, dass du, als du im McDonalds warst, hab ich dir doch von meinem Mitbewohner erzählt, richtig? Von Bart, dem kleinen Pinguin mit Bart. Äh, soweit du mir nicht zu öffnen gegeben hast. Ich weiß, ich wurde auch schon geschimpft. Ähm, jedenfalls, guck mal her. Ich hab meine Tür zugebaut. Und warum machst du das? Ich hab das nicht gemacht, das hat Bart gemacht. Okay, dein Bart, oder wie? Nein, der kleine Pinguin mit Bart, der heißt Bart. Kann ich bei dir wohnen? Nur für ein, zwei Nächte, bis ich das Problem gelöst hab. Ja, ich hab sowieso, ich weiß jetzt nicht genau. Kannst du überhaupt zahlen? Nee, mein Job bezahlt nicht viel. Ja, das Ding ist... Aber ich bin grad, ich bin grad drauf und dran, äh, YouTuber zu werden und damit verdiene ich bestimmt einen Haufen Geld. Ich hab auf meinem Video schon 45 Klicks. Überleg mal, wie viel das ist. Und vier Kommentare. Drei davon sind Erster. Aber der dritte war, äh, der vierte war echt nett. Ich ziehe bald aus. Wieso ziehst du bald aus? Weil ich mir einen Arbeitsplatz gesucht hab, der ein bisschen weiter weg ist. Tops, nein, du kannst nicht einfach ausziehen. Bitte bleib hier. Tops, wenn du weg bist, bin ich hier ganz alleine mit den Verrückten. Bitte. Okay, wo ziehst du hin? Ich komm mit. Äh, das wird leider nur, das ist so ein Einraum, weißt du, und das wird ein bisschen... Aber können wir uns nicht zu zweit was mieten? Äh, das ist ein bisschen schwierig. Das ist halt das Ding, ich hab nicht unbedingt die Lust und das... Also, es ist nichts gegen dich. Nee, du hast nicht unbedingt die Lust. Bitte, bitte hilf mir. Ich hab schon schlechte Erfahrungen damit und ich glaub, du willst auch nicht aufwachen, wenn ich irgendwie um ein Uhr nachts meine, irgendwie zu schreien oder so. Wieso schreist du um ein Uhr nachts? Hast du Albträume? Die Frage ist, warum schreie ich nicht? Weißt du? Das Ding ist, ich glaub, du willst nicht, dass ich da nur rumschreie. Aber ich glaub, das ist weniger schlimm als... Guck mal, ich komm nicht mehr in meine Wohnung, ja? Ich bin hier mehr oder weniger gefangen gerade. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Arbeitsplatz ist schrecklich. Ich mein... Ich kann aber nicht kündigen, weil ich sonst nirgendwo einen Job finde. Ich hab's versucht beim Apple Store, aber die haben mich gefeuert, weil Detlef irgendwas gemacht hat. Dann hat Detlef mich geingezaubert, dann wurde ich in den Kindergarten eingesperrt. Mein Leben ist eine Achterbahn hier. Ich kann so nicht weitermachen. Bitte, bitte, hilf mir. Ich muss nachgucken, wie sich das wirtschaften lässt. Aber ich kann's nicht versprechen. Wie gesagt, ich hab ein Jobangebot gekriegt. Was hast denn du gekriegt? Was machst denn du? Ja, ich soll eine Managerposition in der Firma machen. Boah, das ist doch echt cool. Ja. Hä? Ja, ich weiß, aber das ist das Ding. Kannst du da nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Kann ich nicht auch bei der Firma anfangen? Ich kann Sekretärin machen oder ich kann... Wie ist das Arbeit, die du dann machen musst in 70 Stunden die Woche? Das ist kein Problem für mich. Ich kann auch deine Wohnung putzen. 70 Stunden die Woche. Wie viele Stunden hat's eine Woche? Äh, warte, lass mich kurz mal nachrechnen. Ähm, 7 mal 24. Aber ich muss auch noch schlafen. Also 8 Stunden weniger pro Tag. Das ist... Warte mal. Was? Warte, dann muss ich ja jedes Mal, wenn ich wach bin, einfach arbeiten. Genau. Machst du das? Ja. Warum? Weil ich das Geld brauche, um mir später ein Haus zu kaufen. Aber das will ich auch. Ja, aber das Ding ist... Die Position ist leider nur so einzeln besetzbar und ist eher so ein Konkurrenzkampf. Komm, du bist mein einziger Freund hier. Bitte hilf mir. Du bist mein einziger Freund. Du bist alles, was ich hab. Bitte, 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 bitte hilf mir. Danke. Ich kann dir nichts versprechen. Oh, ich brauch deine Hilfe. Ich hab sonst keine Freunde hier. Ja, müsste ich schauen. Okay. Dann darf ich übernachten? Ja, darfst du, aber... Äh, geh nicht in mein Zimmer. Okay, ich schlafe auf dem Sofa. Ja, mach das. Okay, dankeschön. Ja, okay. Ciao. Ich muss öfters zweimal spielen, sonst funktioniert das nicht. Oh, okay. Alles egal. Gut. Ich mein, es ist nicht optimal, aber es könnte wirklich schlimmer sein. Ich bin im Warmen und, äh, immerhin ist Tops da. Gott sei Dank ist der damals neben mich eingezogen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde. So, ich bin so alleine und ich hab keine Ahnung, wohin. Jetzt klingelt es hier. Darf ich hier einfach aufwachen? Äh, Entschuldigung, Tops ist nicht da gerade. Hallo? Wer ist da? Das hört ja gar nicht wieder auf. Ich mach auf. Hallo? Hallo? Äh. Ich bin dein größer Fan. Ich hab alle, ich hab meine ganzen 45 Accounts genommen und dein Video angeguckt und abonniert. Warte, hast du dreimal Erster geschrieben als Kommentar? Ja, ja, aber dann wollte ich blockiert Ding Spam. Oh. Äh, das ist echt lieb von dir. Doch, Mann, ich dachte, ich hätte wirklich Fans. Und jetzt ist das nur dieser eine Weirdo. Ja, aber du bist der Einzige. Ich dachte, ich hätte 45 Leute, die meine Videos gucken. Überleg mal, 45 Leute, das ist mehr als eine große Schulklasse. Ich war voll berühmt, oder? Ich hab's wenigstens gedacht. Ja. War's das wirklich alles du nur auf anderen Accounts? Ja. Oh, toll. So viel zu meiner YouTuber-Karriere. Die geht auch in den Bach runter. Danke für gar nichts. Hey, nee, für ein Autogramm. Ich geb dir ein Autogramm. Hier, wo soll ich einschreiben? Auf meine Pumper-Karriere. Oh Gott, nein. Ich geb dir kein Autogramm. Ich leg mich auf so. Oh, der ist voll schwierig. Was denn jetzt? Autogramm? Nein. Okay. Er soll auf... Hör auf zu klingeln! Gott. Was ist denn? Du sollst arbeiten gehen. Oh, wir haben Montag. Du hast dich gekündigt. Wir haben Montag, oder? Oh mein Gott, es tut mir voll leid. Ich... 24, 27, auf! Es tut mir leid, ich komme sofort zur Arbeit. Ich komme sofort mit ihm. Es wird dir von deinem Lohn abgestimmt. Mit welchem... Du musst Geld zahlen dafür. Vergiss es! Ich verdiene ja nicht mehr Geld. Ich verdiene was? Drei Euro? Nee, nicht mal. 2,70 Euro oder so. Meine drei Euro, dann hast du schon fünf Euro Schulden gebracht. Ich muss dann länger da sein. Na, aber wieso kriegst du so viel mehr Lohn als ich? Ja, nee, das ist das Ding. Ich krieg genau das, was du kriegen würdest, nur weil du nicht da bist. Weißt du? Aber musst du es auch nicht die Firma bezahlen? Wie? Ich bin die Firma. Ah, hä? Ja. Nein. Los, Arbeiter. Ich gehe ja schon zum McDonald's. Gott. Das ist McDonald's. McDonald's! Das kriegt mir richtig... Das kriegt mir richtig Probleme, ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich schon. Gott, mein Leben ist die Hölle. Mein Leben ist die Hölle. Es ist schrecklich. Was soll ich denn machen? Es ist eine ausweglose Situation. Ich gehe jetzt zu meinem Job und ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird. Ich habe immer noch keine Uniform. Ich suche mir irgendwann meine Uniform. Oder ich nehme mir selber einen. Das kann nicht so schwer sein, oder? So, warte, hier ist der... Vorne ist der McDonald's. Äh, McDonald's. Entschuldigung. Wir wollen ja keine rechtlichen Probleme kriegen. Ah, toll. Tolles Leben. Ich hoffe, das mit Tops klappt wirklich. Ich hoffe, das ist ein Job, den ich annehmen kann. Und vielleicht... Vielleicht wird das ja nervös. Naja, gut. Das war es dann auch für diese Folge im Minecraft-Chat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und schreibt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr neu hier seid, abonniert den Kanal. Und macht's gut. Bis morgen. Tschau. 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 Tschau.